ähm, das ist hier natürlich jetzt echt blöd, irgendwie aber läuft doch eigentlich ganz gut ok, ne, läuft nicht gut nämlich genau das läuft nicht gut jetzt sollte das hoffentlich passen ja, jetzt passt's so, dann raus hier das war's dann hier ach, da sollte ich noch zumachen so, deswegen war's da auch so hell zack, zack, zu wunderbar da ist nicht so viel los so, ähm, die kann ich übereinander packen dann hab ich noch ein bisschen Platz zum Holz mitnehmen ja, da kommt ein Golem so, da müssen wir hier hoch was wird da rankommen da müssen wir auch gleich nach unten das Eisen holen wieder weil sonst verschwindet das und ich würde mir noch eine Rüstung machen bevor wir dann ins Neta gehen und da uns um die Feuerstangen kümmern und ich ganz gerne noch ein bisschen Rüstung weil die Viecher sind nämlich recht gemein äh, da hab ich noch eine so okay, dann haben wir das obere gleich weg ich hatte mir erst überlegt hier irgendwas anderes draus zu machen aber mir ist nix eingefallen was ich hier hätte draus machen können und mir steht das Ding auch einfach im Weg rum au und da hab ich mir gedacht naja, was soll's dann muss es halt weg ist zwar jetzt ein bisschen blöd aber was sein muss, muss sein das geht ja eigentlich auch recht schnell ist ja nix, wo man stundenlang mit beschäftigt ist machen das auch jetzt nicht alles an einem Stück wir gehen uns gleich erstmal um die Tiere kümmern so, die Schafe würde ich ganz gerne vermehren und äh, mal gucken was ich so an Farbe machen kann dass ich die ein bisschen färben kann da müssten wir nochmal uns ins Wasser stürzen und äh ja ein paar Tintenfische erledigen aber davon haben wir hier ja echt genug dann ist es glaube ich jetzt ja nur noch eine Etage hier, ne dann haben wir das Ganze schon so ok ja ja, das gröbste ist tatsächlich erledigt das ist gar nicht mehr so viel ich hab gedacht, dass es länger dauern würde so gut, ich denke damit lassen wir es dann jetzt erstmal gut sein das machen wir nachher weiter ich kann es einfach nicht lassen, ne das ist, äh, ja ich wieder so hoch jetzt stelle ich hier wieder Holz hin ein bisschen Fackeln hier hin das hier nicht allzu viel spawnt da mal eben schnell hoch ich hab's also gar nicht geholt gehabt, ne so, das war mein Handy sehr schön das passiert, wenn man es nicht auf Cloud losstellt ähm so das sollten genug Fackeln sein einen kleinen Moment da mal eben ich muss mir eben mein Handy auf lautlos stellen wenn es denn geht na nicht rumzicken hier so das ist jetzt auf also dann brauchen wir Getreide Platz hab ich noch, ja für die Schäfchen so diese blöden Karotten brauchen wir noch das ist so ein Ding irgendwie was mich so ein bisschen nervt dass wir keine Karotten haben weil ich eigentlich davon ausgegangen war wir hätten welche hab ich nur noch zwei Hühner hm, okay so, jetzt hab ich nix mehr ich weiß gar nicht, ob ich noch getreidende Kisten hab denn die Kühe würde ich natürlich auch ganz gerne vermehren denn, ähm wir müssen ja noch ja Bücherregale machen auf jeden Fall und da brauchen wir Kühe da hab ich noch 13 Stück ich mach mal ein bisschen Holz in die Kiste hab ich hier noch Getreide? ja überall Getreide irgendwie so, da hab ich ne rote ne gelbe also, da sollten wir mal zwei von mitnehmen davon mal ein paar mehr grün bräuchte ich ja auch noch haben wir überhaupt nie Kaktus? wir hatten doch ganz am Anfang mal einen Kaktus, oder nicht? täusche ich mich? da müsste der ja da drinnen sein das war unsere erste Kiste, glaub ich nein, das war unsere erste Kiste da ist er Sand habe ich jetzt natürlich keinen mehr, ne das ich ihn anpflanzen kann Sauerei so, jetzt machen wir hier erstmal Farbe ich glaub das ist orange, ne? ja rot, gelb, orange dann kann man, glaub ich, noch rosa machen ähm Löwenzahn gelb mhm das ist natürlich jetzt ärgerlich also, Sand hab ich noch irgendwo einen einzigen Sand ein Sand? ein? nur ein ne, verdammt und hier hab ich auch nirgendwo Sand müssten wir mal eben nach unten das ist natürlich ärgerlich jetzt, ne? Gott, meine Kisten sind voll sowas blödes jetzt müssen wir ganz nach unten für ein für ein für ein Mockel Sand irgendwie das ist natürlich blöd so, ich brauch nur einen Sand naja, zwei sind vielleicht auch nicht schlecht gönnen wir mal ein paar mehr mit so und jetzt können wir schon wieder nach oben ja und färben wir ein paar Schafe ein und dann stürzen wir uns nochmal in die Fluten für die schwarze Farbe so guck mal was ich dabei hab noch irgendjemand hier ohne gut, okay wo sind die kleinen? da war ein rotes orange äh, rosa ui, was ist nun da hat's mal gehangen rosa und ein gelbes brauchen wir noch ja nochmal kleinen Augenblick bitte so, das war mein Virenprogramm also heute Morgen ist das irgendwie verhext ähm gefüttert hab ich so ähm Farbe oje wir brauchen erstmal ne Kiste noch ist ja übel vielleicht sollten wir dann hier auch noch ein bisschen ausbauen ähm Sand genau das machen wir noch da hab ich auch noch da hab ich noch Eisen 18 Stück das ist gut Sand hab ich den Kaktus nicht mitgenommen gehabt da den stellen wir dann einfach mal äh hier hin so jetzt wird's Nacht Eier hab ich doch da Äpfel ähm ja Kürbiskerne Kürbiss haben wir aber 11 Stück haben wir ich muss mal kurz gucken wie viele Laternen wir brauchen 16 hab ich da noch irgendwo da hab ich auch noch zwei können wir die anderen noch da holen die da noch sind und Melone brauche ich noch die kann ich glaube ich äh durch die Dorfbewohner ja handeln da muss ich da mal gucken dass ich da einen finde die sind auch alles fertig mal alles hier hm so okay halt ich kann ja noch das Zuckerrohr das können wir auch noch mitnehmen da ist ja so viel drin so das brauchen wir dann ja auch für die Bücher Regale so jetzt würde ich mal eben schnell solange die ja nicht so mega rumwuseln gucken wo die ganzen Dorfbewohner stecken da ist keiner und ob die mit mir irgendwas handeln was ich äh brauchen kann wie zum Beispiel Melone du willst Hühnerfleisch hab ich nicht also einer will Hühnerfleisch oi 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 was ist denn hier los die Wismaragde und Papier ja Papier kein Problem Wismaragde Papier okay Kohle äh ne lass mal also Kohle ist mir da zu wertvoll hab ich noch irgendwo welche das können ja nicht alle gewesen sein gucken wir mal einen Gang weiter hier sind doch bestimmt noch irgendwo welche da ist noch eine hohes Rindfleisch ja da können wir vielleicht demnächst mit dienen so ich brauche unbedingt Diamanten will der von mir geht's dir zu gut vergiss es Papier Papier äh was macht denn der hier drinnen äh ja äh ja sollten wir den vielleicht mal befreien ist ja übel ist ja übel ja guck jetzt kannst du raus ja da hängt er da am Haus fest also sowas äh ja ja